Mycroft! Mycroft! Was hast du bisher unternommen? Du kannst es in allen Tageszeitungen finden. Jeder, der Näheres weiß über den Aufenthalt eines griechischen Gentlemen namens Polkratides, des englischen Nichtmächtig, erhält eine Belohnung. Und ebenfalls eine Belohnung erhält, wer Auskünfte geben kann über eine griechische Lady. Ihr Vorname ist Sophia, aber noch habe ich keinerlei Antwort. Was ist mit der griechischen Gesandtschaft? Habe ich versucht, Sie wissen nichts. Und der Chef der Athener Polizei? Sherlock hat die gesamte Energie der Familie. Nun, du übernimmst diesen Fall und lass es mich doch wissen, wenn du Erfolg hast. Ja, natürlich. Mr. Mellerson. Sie müssen höllisch aufpassen, lieber Freund. Weil man dort jetzt wissen wird, dass Sie Ihr Abenteuer nicht verschwiegen haben. Sollte ich mich nicht verstehe, ich weiß, dass Sie die